So, hallo, jetzt habe ich den Gewinner, habe ich jetzt vor dem Mikrofon. Können Sie sich kurz mal vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Christian Kahl und ich habe beim Länderspiel, Gewinnspiel von ARD, ein Mercedes-Benz, die neue A-Klasse gewonnen. Ja, die A-Klasse AMG. Richtig genau. Richtig genau, AMG Line mit Sportausstattung. Wann haben Sie denn mitgemacht bei diesem Gewinnspiel? Das war am 11. September gewesen, da hat Deutschland gegen Verröhr gespielt und da habe ich dann einfach mal gedacht, ich rufe einfach mal an und schaue mal, vielleicht habe ich mal Glück. Und dann hat es jetzt geklappt, da habe ich mich selber total gefreut und bin total baff gewesen. Als ich den Brief bekommen habe, wusste ich gar nicht, stimmt das jetzt wirklich? Und dann, nachdem sich Mercedes selber gemeldet hat, habe ich es dann erst richtig begreifen können. Wie war denn die Frage? Die Frage war, wo Miroslav Klose derzeit spielt und die Antwort war dann gewesen bei Lazio Rom. Haben Sie das ganz alleine gewusst? Das habe ich alleine gewusst, ja. Ich kenne mich im Fußball sehr gut aus und meine Familienangehörigen haben auch alle mitgemacht. Aber alleine konnte ich die Frage beantworten, ja. Und wie gefällt Ihnen denn euer Mercedes? Ja, wunderschön, also von innen sieht es richtig klasse aus und auch von außen mit der Sportausstattung und so, das ist ein richtig gutes Auto. Ist das so ein richtiger Jugendtraum? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ich bin Student selber und das ist wirklich ein klasse Auto, also da gibt es nichts zu bemängeln. Da kann man schon mal von der Disco vorfahren. Wie bitte? Da kann man schon mal in der Disco vorfahren mit. Ja, genau. Also dann viel Glück und viel Spaß mit Ihrem neuen Auto. Ja, gut, vielen Dank.